Eigentlich ist Schule so wie vor 100 Jahren und richtig viel getan hat sich da nicht. Ben ist Referendar an einer Oberschule. Er findet die Arbeitsbedingungen ziemlich oldschool. Lena hadert mit ihrem Lehramtsstudium. Sie sagt, Schule bereitet Kinder nicht gut aufs Leben vor. Du bist halt abhängig von dieser Autoritätsperson. Die benotet dich, die bewertet dich und wenn du es verkackst, kriegst du ein Zweifel schlechtere Noten. Lehrkräfte sind frustriert. Das geht schon in der Ausbildung los. Eigentlich hat der Lehrerberuf sehr viel mit Menschlichkeit zu tun. Darum geht es aber im Studium nicht. Im Studium geht es darum, Fachidioten zu züchten. Das Problem? Aus Unzufriedenheit schmeißen viele hin. Dabei ist der Mangel eh schon groß. In den nächsten zehn Jahren könnten bis zu 150.000 Lehrkräfte fehlen. Was läuft eigentlich schief im System Schule? Auch ich merke den Lehrermangel deutlich. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder. Bei meiner Tochter sind allein in einem Winterhalbjahr 120 Stunden ausgefallen. Das entspricht einem ganzen Monat Schule. Wie viel zu wenigen Lehrkräfte müssen oft Lücken stopfen, fachfremd unterrichten und den Laden irgendwie am Laufen halten. Wie ist es, in so ein System zu starten? Ich bin an der Oberschule in Taucher, in der Nähe von Leipzig. 600 Schüler werden hier unterrichtet. Ben Weil ist 27 Jahre alt. Er macht gerade sein Referendariat. Ich darf ihn heute einen Schultag lang begleiten. Es ist früh um sieben. Ben hat es eilig. Er muss die erste Stunde noch vorbereiten. Dann hakt die Technik. Genau, im Moment verbindet es nicht. Gleich stehen die Schüler und Schülerinnen auf der Matte. Ich wollte jetzt gerade mein iPad daran spiegeln. Das geht aber nicht, weil warum auch immer, es wird nicht gefunden. Ganz schön stressig so früh am Morgen. Ben will guten Unterricht machen. Dafür braucht er die Technik. Im letzten Moment schließt er den Computer an. Einen wunderschönen guten Morgen. In der heutigen Stunde beschäftigen wir uns wieder mit Dreiecken. Wie immer beginnen wir mit einer TÜ. TÜ bedeutet tägliche Übung. Los geht's. Die ersten beiden Stunden Mathe in Klasse 6. Konzentration ist angesagt, denn die Übung wird benotet. Bei der 9, schau dir bitte hier auf die Tabelle und rechne das dann aus. Wie schwer ist es, Teenager für Mathe zu begeistern? Ich finde es schwer, gerade am Anfang so eine richtig gute Stunde vorzubereiten. Das dauert halt einfach Zeit. Und sich einen motivierenden Einstieg zu überlegen, das ist ja so eine ganz kreative Sache. Und ich brauche dafür Zeit, muss dann vielleicht mal im Wald spazieren gehen, damit mir was einfällt. Und ganz oft habe ich da jetzt nicht die Zeit für. Ben unterrichtet 12 Stunden die Woche. Dazu kommen nochmal doppelt so viele Stunden, um alles vorzubereiten. Einen Tag in der Woche muss er zudem noch ins Seminar. Freizeit bleibt er kaum. Die größte Aufgabe aber ist es, die Klasse zu disziplinieren. Streng dich das an? Es ist die Hölle. Es kostet dann immer auch Konzentration, weil eigentlich ist es ja mein Job, was zu erklären, was zu zeigen. Und dann nebenbei noch andere Sachen wahrzunehmen und darauf zu achten. Dieses Multitasking ist total schwierig. Lehrkräfte. Früher angesehene Respektspersonen, die eine ruhige Kugel schieben. So war zumindest das Image. Heute ist alles komplizierter geworden. Und deine eigene Schulzeit ist ja jetzt noch nicht ewig her. Was ist denn heute anders? Heute? Ich glaube gar nicht so viel. Also klar, wir haben hier auch in diesen Räumen noch die digitalen Tafeln. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, eigentlich ist Schule so wie vor 100 Jahren. Und richtig viel getan hat sich da nicht. Findest du das gut oder schlecht? Ich finde es ein bisschen schade, weil ich als Lehrer, ich bin dann so dialystisch und denke, hey, was wäre alles möglich, was könnten wir machen? Irgendwie ganz viel Gruppenarbeit, ganz viel mit Visualisierung, Digitalarbeiten, dass irgendwie auch Fehlermuster erkannt werden. Also ich sehe da voll viel Potenzial. Und ich finde es schade, dass es noch nicht so weit ist. Ben ist unzufrieden. Obwohl sich die Gesellschaft rasant entwickelt, hat sich Schule kaum verändert. Es geht um Fächertrennung, Standardisierung und Bewertung. Eine Lehrkraft steht vor einer Klasse. Alles ist streng hierarchisch organisiert. Jetzt wird es laut hier. Jetzt wird es laut hier. Dann schaut ihr bitte nach vorne. Wir vergleichen die Ergebnisse. Ben will mit seinen Schülern gut in Kontakt sein. Am Ende jeder Stunde gibt es ein Feedback-Ritual. Heute waren es besondere Umstände. Es war heute nicht einfach, sich zu konzentrieren. Ich finde trotzdem, ihr habt es richtig gut gemacht. Deswegen heute für alle zwei Erbsen. Habt eine schöne Pause. Tschüss. Am Ende der Stunde gehe ich immer alle Schülerinnen und Schüler durch. Ob die nicht gestört haben und ob die gut mitgemacht haben. Dann gibt es immer zwei Erbsen. Wenn das Glas voll ist, machen wir eine Spielestunde. Pause. Ben versucht immer noch, sich ins Internet einzulocken. Ich hole jetzt erstmal die iPad-Programm. Kommt ruhig mit. Alles muss schnell gehen, denn die nächste Stunde geht gleich wieder los. Ich finde, die Technik muss einfach funktionieren. Jeder Bürojob, jede Bank, wenn da der Computer nicht geht, dann kann man den Job einfach nicht bei gleicher Qualität machen. Also die Digitalität, die hat Vorteile und die können wir auch, oder die möchte ich auch nutzen, um den Schülerinnen und Schülern besseren Unterricht zu geben. Und dann müssen wir einfach mehr in IT investieren. Und dann brauchen wir hier an der Schule einfach mehr Leute, die, oder dass unsere Informatiklehrer mehr Zeit haben, sich um die Instandhaltung der Infrastruktur zu kümmern. Er ist die ganze Zeit busy und in jeder Stunde für über 20 Schüler und Schülerinnen verantwortlich. Ben ist Wissensvermittler, Bezugsperson und Seelsorger in einem. Das ist sehr anstrengend, gerade am Anfang. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass die Lehrkräfte, die diesen Job schon länger machen, dass es denen jetzt viel, viel einfacher fällt. Oder dass die, also klar, denen fällt es einfacher, aber auch die, habe ich sehr oft das Gefühl, dass die auch diese Überlastung merken. Überforderung ist eh ein großes Thema. Knapp ein Viertel aller angehenden Lehrkräfte leidet unter Burnout-Symptomen. Fast ein Drittel schmeißt bereits in den ersten fünf Jahren wieder hin. Ben versucht sich gut abzugrenzen. Das Internet geht immer noch nicht. Die neue Stunde aber schon wieder los. Gut, dann zur Begrüßung bitte hinstellen. Klappe die zweite. Matheunterricht in Klasse 8. Ben wartet, bis alle ruhig sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittlerweile ist es fast elf Uhr. Ben ist seit früh um sechs auf den Beinen. Hast du jetzt zwischendurch mal was gekauft? Habe ich noch nicht geschafft heute. Manchmal ergibt es sich, dass man zwischen den Stunden die Zeit hat, was zu essen, kurz mal so fünf Minuten. Aber genau, meistens muss man noch ganz viel organisieren oder manchmal auch improvisieren und dann schafft man das nicht. Würdest du lieber heute in die Schule gehen? Da kommt es ja mit, dass ganz viel Unterricht ausfällt. Und das ist ja schon ein Problem. Und meine Chancen, was zu lernen, sind dadurch ja viel, viel geringer, wenn viel Unterricht ausfällt. Und ein Viertel der neun Klässler verfehlte 2021 den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss in Mathematik. Weniger Unterricht bedeutet eben auch weniger Leistung. Hier an der Oberschule in Taucher fallen rund zehn Prozent des Unterrichts aus. Zudem mangelt es an Sozialarbeitern und Schulpsychologen. Vieles wird halt nur, manchmal auch nur so zusammengequetscht. Also einige Themen werden dann gemeinsam einfach verbunden in einer Stunde oder so und kann man sich dann nicht so wirklich drauf einlassen. Weshalb man dann auch irgendwie die Befürchtung hat, dass man vielleicht auch nicht die Prüfung in dem Fach zum Beispiel schaffen könnte. Das macht mich schon ein bisschen an der einen Stelle wütend. Und es macht mich aber auch irgendwie traurig, weil man versucht ja immer mitzukommen, aber man schafft es einfach nicht. Zum Beispiel, wenn wir die letzten Zeugnisse angucken, dass in manchen Fächern gar keine Noten dastehen, weil wir gar keine Noten bekommen konnten, weil immer so viel ausgefallen ist. Was für ein Druck für die Schülerinnen und Schüler, die bald ihren Abschluss machen wollen. Und auch für Ben, sie dabei zu unterstützen. Sie wissen, dass er gerade frisch von der Uni kommt. Und dass man halt an manchen Stellen halt merkt, dass er halt sich viel vorstellt, was er mit uns machen kann. Aber das Thema, wie er es vorbereitet hat, bei den Schülern gar nicht so ankommt. Ist er dann manchmal enttäuscht, wenn es nicht so klappt? Also ich glaube, innerlich ist er manchmal enttäuscht, aber ich glaube, tief innerlich ist er auch stolz auf uns, dass wir es mittlerweile so gemeistert haben. Also ich glaube, er macht das hier schon sehr gut und wir haben Glück, ihn als Lehrer zu haben. Hier spüre ich zum ersten Mal, was schön ist am Lehrerberuf. Ben macht es aus Überzeugung. Er mag es, mit Jugendlichen zu arbeiten. Auch für sie wünscht er sich bessere Bedingungen. Im Moment ist es so, dass im Lehramt oder bei Lehrkräften diese Kultur ist, dass man einzeln arbeitet. Und jeder Geschichtslehrer hat eine Stunde zu den Kreuzzügen vorbereitet. Die ist okay, die liegt dann im Ordner rum oder ist auf dem PC irgendwo. Aber trotzdem macht es jede Lehrkraft von alleine. Aber heutzutage müsste es nicht mehr so sein, weil wir haben die Technologie, uns auszutauschen. Nach dem Unterricht geht die Arbeit weiter. Hier in der Schule gibt es sogar Arbeitsräume für Lehrkräfte. Ben korrigiert die täglichen Übungen aus dem Matheunterricht heute Morgen. Also ist es jetzt schlechter ausgefallen als sonst? Ja, auch weil ihr da wart. Aber Mathe sieht hier insgesamt nicht so gut aus, oder? Genau, das sind sozusagen die täglichen Übungen, die wir auf dem Schul-Server haben, die ich dann immer nur, je nachdem, was in der Stunde drankommt, noch ein bisschen anpasse. Aber ja, das fällt denen schon schwer. In den letzten Jahren ist ja auch ganz viel Unterricht coronabedingt ausgefallen oder konnte nur unter schwierigen Bedingungen stattfinden. Und gerade in Mathe, wo die Sachen aufeinander aufbauen, merkt man das dann einfach. Den Frust über die schlechten Noten laden die Jugendlichen auch oft bei Ben ab. Voll, das ist manchmal auch unangenehm. Und man kommt dann manchmal auch traurig nach Hause, weil man einen schlechten Tag hat. Und dann, genau, muss man dann warten bis zum nächsten Tag, bis man wieder die Möglichkeit, eine gute und eine schöne Stunde mit den Schülerinnen und Schülern zu haben. Lehrkräfte verdienen eigentlich überdurchschnittlich viel. Als Referendar geht Ben im Moment aber nur mit 1200 Euro netto nach Hause. Die Einstiegsbedingungen in den Job sind eher schwierig. Vor seinem Ref arbeitete Ben als sogenannter Unterrichtsversorger mit befristetem Vertrag. Im Normalfall ist es sogar so, dass man dann nur elf Monate angestellt war und dann nicht mal Anspruch auf das Arbeitslosengeld eins hat. Ja, genau. Es ist dann kein attraktives Arbeiten auf jeden Fall. Oft bekommen Unterrichtsversorger dann in den Sommerferien gar kein Gehalt. Ben wurde zum Glück direkt ins Ref übernommen. Ich mache nochmal einen Abstecher ins Lehrerzimmer. Das Mangelsystem Schule ist auch hier spürbar. Michael Fischer ist auch Referendar. Und Sie starten ja jetzt als junger Lehrer in so eine Zeit rein, die ja von Lehrermangel gekennzeichnet ist. Wie ist das denn für Sie? Frustrierend. Gerade für jemanden, der jetzt ganz frisch aus der Uni ist, verstehe ich nicht, wieso sich die Universität oder der gesamte Bildungssektor, ob das jetzt Sachsen ist oder das ganze Land, herausnimmt so viele engagierte junge Leute nicht Lehrer werden zu lassen, weil sie in der Universität in Modulen rausgeschmissen werden, die nichts mit dem Lehrerberuf zu tun haben. Im Prinzip hat wenig mit der Lehramtsausbildung, mit dem Beruf zu tun. Den Beruf lernt man hier im Referendariat. Aber warum fallen die denn raus? Eigentlich hat der Lehrerberuf sehr viel mit Menschlichkeit zu tun. Es geht eigentlich darum, immer wieder irgendwelche Beziehungen zu bilden und dadurch diese Menschen irgendwie zu erreichen und dem was beizubringen. Darum geht es aber im Studium nicht. Im Studium geht es darum, Fachidioten zu züchten. Viel zu oft. Es geht darum, ich habe Mathematik und Deutsch studiert. In so vielen Modulen war es so knapp, weil man irgendwie mit numerischen oder diskreten Strukturen als Modul konfrontiert wird, die nicht mal tangiert werden von dem, was wir hier unterrichten. Aber es heißt natürlich, wir müssen über den Tellerrand schauen. Und deswegen werden da so viele Leute, weil sie diese 4.0 dort nicht schaffen, kategorisch aussortiert, die uns jetzt natürlich fehlen. Das heißt im Prinzip, diesen Lehrermangel, von dem wir immer sprechen, der müsste nicht da sein, wenn man die guten Leute nicht so rausschmeißt in den frühen Semestern schon. Um rund 14 Prozent sank die Anzahl der Lehramtsabsolventinnen und Absolventen in den vergangenen zehn Jahren. Die einen werden aussortiert, andere sind schon in der Uni desillusioniert. So wie Lena. Sie ist im fünften Semester an der Uni Halle für Grundschullehramt, Mathe, Deutsch und Sport eingeschrieben. Doch derzeit liegt ihr Studium auf Eis. Je länger sie studierte, umso mehr kam sie ins Zweifeln. Ich glaube, ich habe eher so ein bisschen auch da so Probleme mit meinen persönlichen Ansprüchen, weil ich das ja schon mache, hauptsächlich aus diesen pädagogischen Beweggründen heraus, weil ich Lust habe, mit Menschen zu arbeiten und die halt auch pädagogisch zu unterstützen und zur Seite zu stehen. Ich sage immer, jedes Kind lernt jetzt in einem unterschiedlichen Zeitpunkt laufen und reden und dann sollen sie alle zur gleichen Zeit schreiben und rechnen lernen und das funktioniert ja nicht. Lena will jedem Kind eine individuelle Lernbetreuung geben. Doch ihr Studienplan ist darauf nicht ausgerichtet. Zu wenig Praxis, zu viel fachliche Theorie. Um wirklich allen Schülern und Schülerinnen gerecht zu werden, bräuchte es kleinere Klassen, sagt sie, und mehr Gemeinschaft. Ja, dass es irgendwie ein grundlegendes Problem ist, dass für irgendwie Kinder aus bildungsferneren Familien die Schule viel schwerer ist, dass irgendwie Schülerinnen mit einem Migrationshintergrund in vielen Fällen weniger eine Bildungsempfehlung bekommen oder dass auch Inklusion ein Thema ist, was irgendwie an Schulen gar nicht stattfindet. Wo man sich halt fragen kann, okay, funktioniert das dann auch? Weil es funktioniert dann eigentlich nur für Kinder, die hier groß werden, die Deutsch als Muttersprache haben und die Eltern haben, die sie sehr doll unterstützen. Und alle anderen müssen die Fehler des Systems dann persönlich austarieren. Ich finde auch, dass in der Schule alle dieselben Chancen haben sollten. Aber wird etwas besser, indem man sich abwendet? Auch weil Lena keine guten Erinnerungen an ihre Schulzeit hat, sieht sie den Lehrerberuf heute so kritisch. Du bist halt abhängig von dieser Autoritätsperson. Die benotet dich, die bewertet dich und wenn du es verkackst, kriegst du um zwei für schlechtere Noten. Und alleine dieses Verhältnis bringt schon viele Fragen auf, glaube ich. Lena sieht hier strukturelle Probleme. Deshalb kann und will sie das System Schule eigentlich nicht länger unterstützen. Sie wird aus der Statistik rausfallen. Gerade etwas mehr als die Hälfte der Lehramtsstudierenden beendet ihr Studium überhaupt. Eine egoistische Entscheidung in Zeiten von Lehrermangel? Also ich mache das, damit es mir mental noch gut geht und ich nicht zusammenbreche jeden Tag. Aber ich glaube halt auch SchülerInnen und SchülerInnen bringt es nicht, eine Lehrkraft zu haben, die jeden Tag mit dem Job irgendwie sich denkt, eigentlich wollte ich das anders oder eigentlich würde ich da gerne mehr reinstecken, aber ich habe die Kapazitäten nicht. Wenn schon Studierende den Job an den Nagel hängen wollen, bevor er überhaupt losgegangen ist und zu wenige Lehrkräfte nachkommen, frage ich mich, wie Kinder zukünftig gut lernen können. Ben engagiert sich in der Gewerkschaft. Er setzt sich dafür ein, die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte zu verbessern und damit auch die Lernbedingungen für Schüler und Schülerinnen. Damit ist er nicht allein. Nora Oemichen aus Baden-Württemberg geht sogar noch weiter. Sie fordert eine grundlegende Transformation des Schulsystems. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich eines Tages so weit bin, dass ich am Sonntagabend sagen kann, ja, morgens Montag in die Schule geht wieder los. Da muss ich wirklich fundamental im System was ändern. Was sich genau ändern muss, wie Lena nun weitermachen will, warum auch gestandene Lehrkräfte hinschmeißen und wie engagierte SchülerInnen und Lehrkräfte versuchen, das Schulsystem zu reformieren, das erfahrt ihr in meiner Rabiat-Reportage in der ARD-Mediathek. Klickt einfach auf diesen Link hier oder scannt den QR-Code.